Na gut, einmal durchzählen. Gefällt dir mein Dschungelmonster 4-Kostüm? Hat Ellen noch für mich gemacht. Ja, und war auf einer Top-Tüte. Toll. Wo ist Erwin? Ladies und Gentlemen, hier spricht ihr Kapitän. Wir starten pünktlich zu unserem Flug nach Timbuktu. Sollte Timbuktu nicht ihr Ziel sein, melden Sie sich bitte bei den Flugbegleitern, indem Sie den Rufknopf betätigen. Elvin? Danke, dass Sie mit Herr Elvin fliegen und genießen Sie Ihren Flug. Sir, bitte begeben Sie sich zu Ihrem Sitzplatz. Wir starten gleich. Und anschnallen. Hinsetzen. Elvin! Elvin! Deine Wake! Elvin! Vielen Dank.